so hallöchen herzlich willkommen ich muss aufpassen dass sie uns jetzt keiner sieht wo sind die fuck so wir nehmen den mal mit wie hat mich jemand gesehen nicht wie geil absolut kein platz dafür so egal dann gehen wir da noch rüber ja noch mal hallo herzlich willkommen falls ich es nicht gesagt habe zurück zu horizon zero dawn hier in dieser wunderhübschen gegend muss ich sagen gefällt mir sehr obwohl es jetzt hier doch wieder dunkel wird was ist das da hinten würde ich laufe mal hierüber ich weiß eigentlich auch gar nicht wo ich hin will gerade zu sein ich verstecke mich mal kurz hier wir gucken mal schieße element behälter jetzt nehme ich für unterwegs mit gesundheit 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 metallscherben so ansonsten hier noch was dann gucke ich mal ob wir was herstellen müssen so dann hätte ich aber gesagt wir laufen weiter richtung und das ist ja auch immer noch etwas zu tun wir wollen ja eigentlich warte mal wir wollen doch hier nach oben irgendwo Also, wir müssen ja das noch machen. Was ist das hier oben? Zwei Zahn abgeschlossen, Händler, Jagdbedarf. Wo war denn der? Das war der, oder? Nee. Hier war der Händler. Händler. Genau, hier haben wir noch einen Jagdauftrag. Ansonsten haben wir die noch nicht aufgedeckt. Nanu, Nanu. Polym, Polym. So, wir machen, weißt du was? Den haben wir tatsächlich noch nicht aufgedeckt, ne? Den auch noch nicht. Wieso haben wir das alles noch nicht aufgedeckt, Alter? Oh, hier haben wir auch noch. Hinter Jagdbedarf, Grabhort. Boah, das ist so viel, Alter. So, weißt du was? Dann machen wir mal geschwind hier eine kleine Schnellreise hin. Ähm, ja, möchte das noch aufdenken? Ja, ich weiß, ich weiß. Ah, aber mal hier durch, bisschen durch die Gegend streifen, hätte ich gemacht. Ich weiß, ich wollte ja die nächste Nebenmission eigentlich machen. Ach, Gott, immer das Gleiche, oder? So, es wird durch diesen Klo dargestellt. Mal, sind sie ein Anfälliger für Schaden, wenn sie eingefroren sind, mein Freund. Und... So, Wegfindungsmarkierung und Deaktivierung. Ja, 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 blablablau. Brotkrümmel, was? Wegpunkt Brotkrümmel, was? So, meine lieben Brabannuk-Freunde, wir gehen als nächstes hier entlang. Wir werden uns mal hier ein bisschen entlang begeben. Warte mal, hier haben wir doch einen Händler. Da können wir doch was verkaufen. Hallo? So, wir können verkaufen, Rohstoffe. Was ist das? Kühlsaft, ey, so fucking viel Kühlsaft, ne? Komm, was soll der Geiz? Recht damit. Komm, und nochmal. Alles weg, was kann mir gezahlt. So, ansonsten... Ja. Ach, die kann man verkaufen, Baddäne. Nice. Wieso? Sortiert nach Objektwert. Sortiert nach Objektwert. Hm. Schade, schade, schade. Okay, okay, dann hätte ich doch... Ich weiß nicht, wenn wir so Waffen verkaufen, Modifikationen. Modifikationen bekommen wir aber eigentlich auch nicht recht viel, ne? So, ungewöhnlich, selten. Ja, und dann traue ich mich wieder nicht, ne? So, können wir vielleicht hier irgendetwas noch... Oder sollen wir es mal lassen? Man weiß es nicht. Was ist das? Metallbrand. Ah, nee, komm. Haben wir ja jetzt ein bisschen was ausgeben. Sehr schön. Fast wieder tausend Medaillscherben. So, Siedlung verlassen. Bahnhochlage. Ey, läuft hier jetzt wieder leicht. Kein Wunder. Sie rennt auch frei rum, ne? So. Was ist hier los? Was ist da los? So ist hier so ein Lärm. Langsam. Ein Lanzenhorn. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir nehmen mal den zu mir. Ui. Und werden wir, glaube ich, die Quests noch aufmachen. Haben wir die? Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Ich glaube, jetzt gibt es hier gleich richtig Ärger, ne? Ich glaube, jetzt bin ich nicht aufmachen. So, wo sind sie? Wo sind die jetzt? Die sind da drüben, ne? Okay, dann gehe ich nochmal geschwind hier hin. Und das nochmal alles mit. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Yo, Kühlsaft. Wieder ein bisschen Leben. Und hier noch Kühlsaft. Ach, ich hab den, ne? Schatten-Scharfschussbogen. Ich hab zufälligerweise den richtigen ausgesucht. Das war jetzt ganz... So, ich werd mich nochmal hier anschleigen. Puh, wie komm ich hier am besten rüber? Ich glaub, hier ist es keine gute Idee, oder? Ich will die eigentlich nicht töten, sondern nur die Quests machen. Das kann ich bestimmt nicht gebrauchen. Nee, da trau ich, da bin ich doch... Ich könnte es hier probieren, ne? Aber da bin ich zu weit weg wieder, verdammt. Okay, dann versuch ich es mal. Von der Seite könnte ich es probieren. Jo, das sieht doch gut aus, Freunde, das ist doch nicht. Jo! 3000 EP dazu. Gut. Nächster Halt hätten wir... Ähm, nächster Halt hätten wir... Ähm, nächster Halt hätten wir... Wo hätten wir den nächsten Halt jetzt? Hier, genau. Sehr geil, dann haben wir ja die bisherigen Tutorials, müssen wir eigentlich jetzt haben, ne? Jo! Wie viel gibt es da insgesamt? Ich weiß es gar nicht, ne? Ähm, noch... Bah... Banditenscherge? Was ist hier kaputt? Was ist hier passiert? Hier sind überall tote Menschen. So, dann gehen wir mal da rüber, das noch mit, das ist nur so, ok, so, dann rüsten wir doch da nochmal aus mit, so, wir werden nochmal versuchen hier rüber zu laufen, sollte eigentlich funktionieren auch. So, Frage ist, wo komme ich hier am besten hoch? Und zwar so, dass sie mich gar nicht sehen. Alter! Hat er mich jetzt gesehen? Fuck, ja! Boah, was machen die hier? Alter! Alter! Boah! Sind sie wieder weg, oder? Ganz ehrlich, die würde ich aber schon gerne noch mitnehmen, ne? Boah, Junge! Okay, ich muss hier ganz, ganz vorsichtig sein. Und immer schön leise. Sehen die mich da? Haben die mich gesehen, ne? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Boah, Mann! Meine Nerven, ey! Boah, meine Nerven schon wieder, ey! Ich suche, das würde ich jetzt hier wieder alles so übelst. Boah, Mann! Boah, Mann! Puh, wie? Rotes Licht bedeutet Ärger. Oh oh! Leider verfolgt er mich immer noch. Boah. So, nochmal auf Neues natürlich. Sollten eigentlich noch markiert sein, oder? Okay, aber was man mir gut schreiben muss, ich bin noch nicht getötet worden. Wie viel sind das? Ich weiß ja nicht, ob ich mich wirklich jetzt mit denen anlegen soll, ne? Hier draußen weiß der Schnee ganz schön. Junge, ich glaub das ist mir zu viel. Weißt du was? Wir gehen hier. Das ist mir doch zu viel. Doch ein bisschen zu zu viel. So. Ähm, ansonsten... Banditenlager. Ich sag mal, das wäre... Ja, ist eigentlich auch nicht leichter, ne? Das wäre besser als unser... Das Ziel jetzt hier, aber... Ja, komm, ein Zoll der Geiz. Was? Wir probieren's halt trotzdem nochmal. Vielleicht schaffen wir's ja auch wirklich. Wuiiii. Theoretisch könnte ich die gegeneinander kämpfen lassen, ne? Also so ganz theoretisch. Das nehm ich mit. Ich schau mal, ob's auch praktisch geht, ob wir das hinkriegen. Was jetzt? Spinst jetzt? Wieso sollen die mich gesehen haben? Das ergibt keinen Sinn. Aber ich lass euch mal gegeneinander antreten. Aber ich lass euch mal gegeneinander antreten. Schauen wir mal was passiert. Oh nein. Oh nein. Ich will ja nix sagen, ne? Aber tu mal was. Was? Alter, verarsch mich nicht. Na, komm da her! Na, komm da her! Na, komm da her... Jetzt ist er aber auch mal gut. Jetzt ist aber mal gut, hat er gemahnt. So, was nehmen wir denn, sollen wir denn, sollen wir ein bissl reiten? Komm Aloy, reiten wir hin, wir können es ja. So, und reiten wir mal da rüber. So, und reiten wir hin. Alter So, Ruiz, fuck Alter Ist jetzt meine Archi, seid jetzt zufrieden, ey, ihr Lackl Wirklich, boah, so Toll, gratuliere Zünde ist voll Nein, ich müsste echt was verkaufen, ey Ohne Witz, sobald jetzt hier irgendwo Sobald jetzt hier irgendwo ein Händler auftaucht Haben wir hier einen unterwegs, da haben wir einen Händler, ne Ja, dann gehen wir doch da an unter Ha, quasi gleich um die Ecken So, dann verkaufen wir, wieso habe ich das jetzt gerade eben nicht verkauft, ey War ich wohl nicht konzentriert genug Hallo mein Lieber Wo haben wir den ganzen Blunder? Räuferlinze, ja, was ist das? Wo ist das Zeug? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Das Klangspiel, diese Gewinne gegen das Einbring beim Verkauf von Händlern einiges an Kohle, jo Ähm, rechter Herz, blunderer Herz Altes Metallauge könnte vielleicht noch was wert sein, ne Altes Skulptur haben wir hier Äh, wo haben wir denn die Uhren? Sind die hier gar nicht mehr aufgelistet? Ich finde die Fall gar nicht mehr So, weißt du was, wir verkaufen jetzt alles, was unter 10 ist Hm, Fernangriff, Fernangriffsschutze So, ansonsten Ah, ja Rohstoffe, wieso, wieso, wieso kann ich hier? Ich verstehe es nicht, da war doch das immer, dass man eine Uhr kaufen kann, ne Äh, Schatzkiste, Gratisprobe natürlich Jo So, nächster Schnellreisepunkt, wie gesagt, und über Ach, ich sehe schon, komm wir machen aber hier mal wirklich eine kleine Schnellspeicherung Jo, und dann machen wir hier auch eine Pause Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geschaut 31 Minuten in diesem Sinne Macht's gut Ups, nein, wollte ich doch gar nicht Macht's gut, und Servus, bis morgen, euer Franconia Nein, wollte ich doch gar nicht So, jetzt sind wir, ne So, macht's gut, tschau So, jetzt ist es Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin